Simms not logic? Hast du ein Pokémon bei dir? Ja ja komm dann lass mal fighten. Zeig was du kannst Olga. Elemina. Die wollte mich jetzt wirklich platt machen mit all ihren Kräften. Das war's. so der wurde besiegt und jetzt kriege ich das ja das ist gleich geliebten aber auch ich bin bisschen irritiert die will die will wirklich die will wirklich fighten die ist ein champ aber hat kein also nein nein hat smartrotum rotum ist doch ein pokémon für einen pokémon ist die app ein muss Senior Jim eine Lelanus Akademie damit für die Entwicklung verantwortlich ok gut das ist ein bisschen arrogant sieht er aus ich kann nicht diesen scheiß Hut abziehen so dann wollen wir zwei dann mal abbrechen ok vielleicht sollte ich mich nicht nutzen hier haben wir das pokémon gefangen oder ich zeige dir wie das funktioniert bevor wir zurück den können wir nehmen mit ähm drückst du Minusknopf öffnet sich Poké App wenn du Karte öffnet hast kannst du drücken X Knopf ok jetzt ich drücke X Knopf wird geöffnet äh äh ähm was ist das für kryptisches Zeug ähm 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 Ich kann sie sehen, ein Caprador? Oh, Pimota wartet draußen. Wie die rumshakt. Das ist ein Sandwich. Fünf Tränke, okay. 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 Um. Okay, das hat Ich gebe ein paar ab Ja, Flex nicht so rum Okay Komm, ich mach mal einen Kratzer Was ist das für eine Attacke? Ah, X muss ich drücken Pokéball werfen, los Und dann gibt's auch Experience Nein, kein Spitznamen Schwein Pokémon Gut, und jetzt? Oh, das war leider der erste Sahne Okay, gut Ja, ähm Mhm Mhm Okay 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 Irgendwie das mit dem Werfen, äh Klappt Käfer Pokémon Okay Okay Ok Okay 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 Was ist das? Ja, gut Ich hoffe Okay Okay Ich besiege das mal schnell Okay 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 Was ist denn jetzt los? Na, hast du das Fangen von Pokémon schon drauf? Ja Jetzt wird die wieder kämpfen, oder? Ja Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Ich glaube, das legendäre Pokémon hat eine Bruchlandung gemacht. Oh, ja. Könnte ich jetzt unterfallen? Hä? Ähm. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich kann... Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Ich gebe ihm Sandwich. Ähm, dem geht's wirklich nicht gut. Ops. Ops. Okay. Heftig, was hier passiert. Jetzt geht's in die Höhle rein. Wo wir nicht rein sollten, okay? Okay. Um. Hat sich das jetzt weiterentwickelt? Haben wir... durch das Sandwich das Pokémon weiterentwickelt? Meeresbruchklinik. Ähm. Wir folgen einfach dem mal. Ja. Anscheinend ist es unser Freund. Hier bist du also. Ist alles okay? Geht's dir gut? Äh. Äh. Ja. Alles klar. Duh. 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 Ui! Wiesel! Mangunior! Machen wir mal Biss! Ui! Fangen? Wir fangen einfach alles, was wir finden. Mangunior! Oh, das ist nur ein normales Pokémon.